Das ist ganz schön anstrengend. Nächster Halt, Bahnhof, Wandao. Katzenbilder haben sie auch. So, zwei Kaffee bitte. Ich bin heute wieder auf Maloche hier mit der Deutschen Bahn. Sind die auch schön schwarz? Wie meine Seele, oder? Und sonst? Wie geht's der Frau? Katze? Keine Katze. Du, Udo. Wie heißt sie? Jonas. Jonas, Tim, alles. Genau. Schön, dass du da bist. Wir sehen uns. Moin Mädels, Moin Jungs. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kalle in Gefahr. Heute bin ich hier bei der Deutschen Bahn in Berlin. Hier, Ostbahnhof. Wir fahren heute mal mit dem Zug. Deswegen hab ich den Helm auf. Wir gucken uns das Ganze heute mal an, was sie denn da eigentlich bei der Deutschen Bahn zu machen, außer zu spät kommen. Und deswegen gucken wir mal, was wir als nächstes für einen Beruf haben. Ich hab gehört, wie heißt das? Schienenmann? Was wissen wir denn da? Schienenlotse? Fluglotse? Naja, wir gucken mal. Ist das mit dem zu spät kommen? Ist das zu Matsch, oder? So, Freunde. Jetzt gehen wir mal in den Weichengarten. Da passiert viel Weich... Ja, ist aber egal. Hallo. Hey, Kalle. Ich bin der Kalle. Moin. Du bist der? Ben. Ben. Geil. Du bist Systemtechniker? Ja, eigentlich bin ich dualer Student. Wird dir heute die ganze Sache ein bisschen zeigen. Geil. Ja? Was machen wir denn heute alles, Ben? Also, dualer Student. Gucken wir uns die Sache mal an. Das wird hier für Trainingszwecke benutzt. Ohne Zugverkehr. Ein bisschen wegen der Sicherheit. Ja. Und... Was? Wir fahren nicht direkt auf der Zwecke? Genau. Lass uns doch die ganze Sache mal anschauen. Ja. Let's go. Also, du bist dualer Student. Was lernst du denn da eigentlich? Also, ich studiere natürlich Elektrotechnik mit Schwerpunkt LST. LST ist gut gesagt viel, was Signale angeht und Signale. Es wird sehr viel von Signalen gesprochen. Ich gebe dir auch ein Signal, wenn ich jetzt mit dir rede. Ja. Aber was für die Signale meint ihr da? Wenn der Zug fährt, dann braucht der Lokführer ja irgendwas, wo er sieht, alles klar. Muss langsamer fahren, darf wieder schneller fahren. Das sind diese Lichter, die da immer oben stehen, oder was? Genau. Also, so basically Ampeln, oder was? Genau. Kann man, kann man so nennen, ja. Ja, ich weiß, ihr wollt das nicht, aber... Basically ist es auch eine Ampel. Warte, wenn da jetzt eine rote Lampe steht, ist das Stopp, oder was ist das? Ja, wenn's rot leuchtet... Du musst ein bisschen lauter reden, Ben! Wenn's rot leuchtet, dann hat er an dem Signal zu stehen. Super! Was macht so ein ICE, der mit 250 Sachen fährt? Der weiß schon vorher Bescheid, dass das nicht sagt. Der weiß schon durch ein Vorsignal Bescheid. Jetzt pass auf, gleich ist rot. Ja, 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 ja. Wenn er zum Beispiel nicht bremsen sollte, dann kriegt er eine Notbremsung reingehaut, automatisch. Wirklich? Oder auch durch die Signaltechnik. Dann kann er ja gar nicht Vollgas geben einfach. Nee, das wäre auch wahrscheinlich nicht gewünscht. Nicht so sicher, ne? Okay, lass mal kurbeln, Digga. Hallo, ich bin der Kalle, Reinhold. Reinhold ist... Trainer für die Funktionsausbildung Signalmechaniker und Weichenmechaniker hier auf dem Weichenfeld Berlin im TZ Berlin am DB Training. Ost-Berlin auch, ne? Ost-Berlin gibt's nie mehr. Mach den mal auf. Wir haben den Deckel verkehrt drin drauf gemacht. Das passiert. Kann ich also jetzt hier meine Kurbel aufstecken, weil die sogenannte Kurbelsperre beseitigt worden ist. Und kann also jetzt den Antrieb kurbeln. Soll ich den jetzt in die andere Lage mal bringen? Gerne. Ja. Oh, das sieht ja echt schnell. Okay. Und kriegen also jetzt hier eine neue Endlage. Darf ich das auch mal machen? So, Ben. Wir sind drin. So, ich werd jetzt hier mal ein bisschen kurbeln, Ben. Warum hast du dich denn jetzt bei der Deutschen Bahn für ein duales Studium entschieden? Es gibt natürlich viele Vorteile. Einerseits, dass man die Theorie und die Praxis gleich hat. Und natürlich gleich die Theorie in die Praxis mitnehmen kann. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, man hat im Studium einen Verdienst. Ja, ja. Und was fasziniert dich da so an dem Warum? Äh, die Technik generell fasziniert mich eigentlich. Ist ganz schön anstrengend. Naja, wenn man es so schnell machen muss. Das Ding ist halt. So, jetzt hat's Klick gemacht. Das heißt, dich interessiert die ganze Bumsette auch in den Schienen? Ich hab gehört, es gibt in den Schienen Technik. Also nicht einfach nur Metall, was da rumliegt. Aber ist ja auch notwendig heutzutage. Äh. Red mal. Dann picket sich natürlich alles weiter. So, Ben, jetzt haben wir hier ein bisschen gekurbelt. Wir haben schon gemerkt, es ist super viel technischer Kram auch dabei. Ist auch irgendwie logisch, wenn man jetzt so als Kalle. Ich steig jetzt so einen Zug ein und denk mir so, ach ja, hier A nach B. Was muss man denn bei den Schienen jetzt insbesondere so ein bisschen wissen, was das Ganze so aussehen? Warum sind hier zum Beispiel so viele Steine? Warum sind die aus Metall? Warum sind die Dinger manchmal auch Stein, also die Unterdinger hier? Ich weiß gar nicht, wie das alles heizt. Seh doch mal, Ben. Also gerade so ein ICE ist ja auch ein schweres Ding, ne? Ja. Der wiegt was. Und der Schotter, die Schwellen und die Schienen, das Gleis generell, muss ja alles stabil sein, damit das eben das Gewicht auch hält bei der Geschwindigkeit. Also passiert das doch mal, dass quasi, also das ist zum Beispiel, was ich mich noch nie gefragt habe. Jetzt wurde es mal mit auch Gewicht und so gewählt. Im Zug wiegt ja was. Passiert das auch mal, dass der Boden so ein bisschen nachgibt oder? Manchmal passiert es schon. Also ich war auch auf der Strecke, da sind die CE vorbeigefahren und es bewegt sich schon alles ein bisschen. Wie oft passiert das, dass ein Lokführer oder eine Lokführerin aussteigen muss und wirklich mal selber manuell kurbeln muss? Im Optimalfall ja gar nicht. Gestellt wird die Weiche je nach Stellwerk. Was für Stellwerke gibt es denn? Also es gibt zum Beispiel das ESCW, elektrisches Stellwerk. Also der drückt dann hier in Berlin auf den Knopf und irgendwo in Brandenburg wird die Weiche gestellt. Wir stehen hier ja auf einem Übungs- oder tatsächlich Ausbildungsgelände. Also hier kann kein Zug kommen, weil auf den Gleisen sollen wir ja nicht stehen normalerweise. Ne, das wäre schlecht. Also das bedeutet, jemand sitzt in der Zentrale und sagt, ach ja, hier ECE 844 oder was auch immer. Fährt jetzt gerade nach und er macht dann klick, klack und dann macht es schütt. Okay, also der Lokführer macht das selber gar nicht. Ne. Heute gucken wir uns also einige Berufe bei der Deutschen Bahn an. Falls ihr euch dafür interessiert und gerade eine Ausbildung sucht, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da gibt es ein super duper Angebot von der Deutschen Bahn mit vielen verschiedenen Bereichen. Einige davon sehen wir uns heute wie gesagt an. Und es gibt ein E-Sport-Stipendium, da kommen wir später nochmal zu, aber jetzt wird erstmal Bagger gefahren. Ja, genau, Abfahrt. So, jetzt sind wir hier mit dem Remo, der weiß wie der Bagger funktioniert. Denn ich darf jetzt eine Schiene kurz in die Zange nehmen. Erzähl doch mal, wozu braucht man so einen Bagger genau? Genau, also ein Bagger ist zum Beispiel, um Schutter zu verteilen, kleine Schienen, Teile heben, also als Hilfsmittel. Nebenbei für kleinere Arbeiten in der Form, denn im eigentlichen Gleisbau benutzt man zwei Wegefahrzeuge. Und den darf ich jetzt auch ganz kurz mal bedienen. Genau. Dann nehmen wir den nach unten. Mit der rechten Hand bedienst du, wenn du den jetzt nach hinten ziehst, den Arm, der geht dann nach oben. Oh mein Gott. Wenn du nach vorne rückst, geht der ganze Hauptarm wieder runter. Genau. Immer die linke Hand noch da. Mach ruhig nochmal ein bisschen hoch den Hauptarm. Genau. Und nach links und rechts ist den Oberwagen drehen. Oh, okay. Genau. Nächste Aufgabe wäre jetzt, einfach mit dem Kenntnisstand die Schiene da einfach greifen. Einfach machen, ja klar. Einfach greifen. Warte mal, ich muss glaube ich ein bisschen in die Mitte, oder? Ein bisschen zentraler, warte. Ich muss noch hoch. Ja, 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 ja. Es ist super aufregend. Also wir sind ein Zentimeter gefahren, aber es ist schon hier aufregend. So warte mal, wir werden nochmal ein bisschen weiter drüber. Okay, lieber. Danke. Einfach mal hier schön. Oh meia. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Und jetzt? Wohin damit? Ja, ich mach's jetzt einfach mal da. Das ist ein bisschen wieder hier rüber, dann wieder runter. Mega geil. So, und dann lassen wir ihn wieder los. Oh scheiße. I did it. War okay? Achso, Bedienschmere, ne? Safety first. Jetzt ist hier alles wieder gesichert. Mit dem Auto oder so gar nicht vergleichbar, ne? Das ist natürlich komplette neue Technik. Super aufregend. Man hat aber auch permanent Angst, dass man irgendwas kaputt macht. Obwohl hier nur so Kiesel rumliegt und hier auch nichts ist. Aber das ist schon, äh, 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 toll. Also Baugerät, ne? Hahaha. Darf ich auch einen Meter mal vorfahren? Wenn ja nicht, dass du rausfällst, Alter. Und jetzt geht's rückwärts. Oh mein Gott. Ganz schön wacklig Angelegenheit. Hoppala. Ja, weil hier die Kieselsteine sind, du. Hör mal. Ich mach die zwei jetzt mal ein bisschen mehr dran. So. Jetzt muss ich die Zange nehmen. Scheiße, wie krieg ich jetzt den Arm nach vorne? Ja, wie war das? Ja. Nein, der ist mir umgefallen. Wir haben ihn. Weiß nicht, ob das sicher ist. Jetzt will ich mich drehen. Jetzt müssen wir auch was. Zeit, dass sich was dreht, ole ole, was dreht, ole ole, was dreht. Ehhhhhhhhh. Ich glaube jetzt, ich glaube jetzt, ich habe den Spaß gemacht. Wir müssen leider aufs Ende kommen, leider. Ja, ja, machen wir, machen wir. Schick. Egal. Ja, Baggerfahren ist super. Hat Spaß gemacht. Tschüss. So Leute, jetzt sind wir hier am Bahnhof angekommen, am Ostkreuz. Da kommt unser Zug. Und das ist Linus, unser... Triebfahrzeugführer. Triebfahrzeugführer. Schön, dass du da bist. Du nimmst mich jetzt mit in deiner Bahn. Ganz genau so machen wir das. Man muss ja, bevor man so einen Zug übernimmt und losfährt, auch sicherstellen, ob die Bremsen funktionieren. Das macht immer einmal am Tag ein Kollege. Hältst, Rainer, Spandau, zurückbleiben bitte. Ach, das ist die Ansage. Genau, und jetzt guckst du hier. Ja, ja, ja. Überprüfen. Keine eingeklemmt. Ja, das Signal. Genau, grünes Licht. Volle Kraft voraus. Ja, der Linus ist auch Ausbilder. Ist erst Mitte 20, also noch ein Jungspullen. Gut aussehen, Frau gebrannt, 100 Kilo Handelbank. Ich habe vor vier Jahren meinen Führerschein gekriegt. Aber davor habe ich Elektriker gelernt. Also das ist so eine Kombinationsausbildung. Man lernt erst die Technik der Züge kennen in der Werkstatt. Dann hast du auch gleich Elektrikerabschluss gekriegt. Ist man dann direkt auf den Lokführerlehrgang gegangen und hat dann die Ausbildung zum Triebfahrzeug zu machen. Das dauert dann in der Regel etwa ein Jahr. Ein Jahr muss man so eine Ausbildung zum Triebfahrzeugführer machen. Es ist nicht einfach. Aber pass auf, jetzt müssen wir mal raus. S3 nach Spandau, zurückbleiben bitte. Bei ihm ist es okay mit dem Fahrrad? Ja, das ist okay. Es darf nur keiner eingeklemmt sein. Grünes Licht? Genau. Mit welchem Knopf hast du jetzt die Türen zu gemacht? Zeige ich dir gleich. Da ist ein grüner, der obere, der kann die Türen aufmachen. Der rote, der macht die Türen zu. Der ist also rot. Genau. Also der orange. Genau. Und der schwarze, dann kannst du eine Ansage machen. Es funktioniert völlig anders Eisenbahnfahren als Autofahren. Weißt du so, beim Autofahren fährst du ja immer so schnell, wie du es auch sehen kannst. Bei der Eisenbahn ist es so, du fährst so schnell, wie die Signale dir zeigen. Also ich kann jetzt zum Beispiel hinter der Kurve da nicht sehen, ob ein Zug ist. Kann aber trotzdem mit 80 um die Kurve fahren. Weil das Signal mir sagt, grün ist Licht, da ist nichts. Das ist so die Grundlage dafür, dass wir überhaupt so schnell fahren dürfen. So, jetzt hier ganz wichtig, wenn ein Gegenzug kommt, immer schön grüßen. So. Da denkst du ja auch immer so Latt, ey. Gut, pass auf. Ich mach jetzt hier auf L.A. Wenn du was sagen willst, drückst du den orangenen Knopf. Ja. Und dann ist das hier unten dein Mikro. Wie so ein Telefonhörer einfach halten, ne? S3 nach Spannau, zurückbleiben. So. Linus. Wovon profitierst du denn in deinem Beruf, beziehungsweise außerhalb deines Berufs? Was bietet dir die Bahn in deinem Leben, dass das einfach auch geil ist? Also wenn du hier anfängst, kriegst du so eine super Special-Nummer, sag ich jetzt mal. Diese Special-Nummer kannst du in die Fahrkartenautomaten eingeben und dann kannst du dir Freifahrscheine holen. Wirklich? Du kannst einfach überall hinfahren, wo du willst. Mit allen Zügen, wo DB draufsteht. Auch mit ICEs oder Intercity und so weiter. Es gibt viele Sozialpartner, wo du ganz viele Angebote bekommst. Muss man mal gucken, was da so alles drin ist. Das ist ein riesengroßes Spektrum, wo man... Von Angebot. Ja, total geil. So, guck mal da. Arkaden Spandau. Jetzt kommen wir in Meinehut hier, Linus. Hier bin ich zu Hause. Nächster Halt, Bahnhof Spandau. Dieser Zug endet hier. War super, dass er dabei war. Ich hab mich gefreut. Und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ganz, ganz klasse, dass ihr mit der Deutschen Bahn gefahren seid. Bleibt stabil. Pass auf euch auf. Wetter genießen. Euer Kalle Koschinski. Bis bald. So, was muss ich, wenn ich jetzt fahren will, beachten? Welche Knöpfe, welche Hebel sind die wichtigsten? Hier kann man die Türen steuern. Links, rechts oder Zug machen. Das hier ist dann das Wichtige. Wenn der leuchtet, dann weißt du, alle Türen sind zu. Dann musst du auf den Kameras gucken, ob keiner eingeklemmt ist. Dann schaust du, ob das Signal grün ist. Genau. Das hier ist der Hebel für die Kraft. Wenn du den nach vorne legst, dann fährt der Zug los. Dann ballert er. Schön. Ninos, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle. Gerne. Er hat mega Bock gemacht. Ich selber kann natürlich jetzt hier nicht fahren, weil wir hier im öffentlichen Betrieb sind und ich keinen Führerschein habe. Aber wir gucken jetzt nochmal in der Betriebszentrale vorbei. Und da geht es dann auch nochmal ums Gaming. Das gucken wir uns jetzt mal an. Tschüss. Was ist dir wichtig? Sport, Fitness-Coachings, Steuer- und Rechtsberatung, duale Karriere und sportmedizinische Untersuchung. Eine Ausbildung mit individuellem Buff, die zu dir passt. So, hier sind wir jetzt im Bedienraum der Berliner Leitzentrale für die S-Bahn. Und hier sind überall 10.000 Monitore. Die Leute sitzen an den Geräten, überwachen alles mit den Gleisen etc. Und Katzenbilder haben sie auch. Ja, schön. Wenn ihr denkt, ihr habt das Zeug zu einem E-Sport-Stipendium bei der Deutschen Bahn, dann guckt mal in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch bei einer Ausbildung oder einem dualen Studium gleichzeitig für das Stipendium bewerben. Es gibt 20 Plätze und es ist das erste deutsche Unternehmen, das das in dieser Form anbietet. Also, toi, 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 viel Glück. Und wir haben zwei Auszubildende, hier den Dennis und den Yannick. Die machen hier tolle Sachen in der Betriebszentrale, wo wir jetzt übrigens gerade drinstehen. Ihr seht hier schon Monitore und all so Kram. Was macht ihr hier den ganzen Tag? Ja, ich würde sagen, das Leiten des Fahrdienstes über die Anlagen der Betriebszentrale und somit sorgen wir dafür, dass die Züge alle pünktlich und sicher fahren. Macht ihr beide das Gleiche? Hast du sonst noch andere Expertisen, die du dir aneignest? Wir stellen die Weichen um, welches Gleis fährt der Zug, wir bestimmen, fährt jetzt im Gegenleis, bestellen auch die Bahn über den Gegner. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall super interessant. Ihr beide seid jetzt beide im zweiten Lehrjahr, richtig? Genau, gerade gekommen. Ja, wenn wir uns jetzt gleich hier mal umdrehen, erklärt euch gleich einmal so ein bisschen, was wir hier eigentlich zu sehen haben. Was wir überhaupt auf diesen krassen Gaming-Setups, sag ich jetzt mal, hier sehen. Ihr habt aber selber schon gesagt, Zocken ist hier nicht so gut. Aber wir gucken uns das jetzt mal genauer an. So, jetzt sitzen wir hier schön in der, ich nenne es mal Kommandozentrale. Wie ist es eigentlich bei euch mit Zocken? Wir haben ja eben über Stipendium gesprochen. Zockst du auch? Ja, sehr viel. Was ist denn so? Jahre 4? Schön. Dead by Daylight, so Fortnite, wie es sich gehört. Wie ist es bei dir? Also ich habe jetzt Cyberbank durchgespielt, weil es so kontrovers ist. Fuck. Können wir das nochmal machen? Dann schreiben wir alles rein, ne? Ich zock War Thunder sonst, das frisst ein schönes Seel auf. Und sonst nur so Realtime-Strategy und so Zeug. Ja, unsere Realtime-Strategy, die findet jetzt hier auf diesen Monitoren statt. Das heißt, jetzt können wir hier Schienen regeln. Wir sagen denen auf welches Gleis er soll und richten ihnen die Schienen ein. Auch die Weichen stellen wir von hier aus. Ist richtig. Wenn jetzt der Linus, der uns vorhin gefahren ist, eine Weiche nicht gestellt bekommen hat, ruft der euch dann hier an? Der ruft dann genau hier an. Da sieht man hier unten steht Triebfahrzeugführer von dem Zug oder die Zugnummer. Triebfahrzeugführer, das Wort, ne? Die Nummer steht dann sogar da auf dem Bildschirm, dann heißt sogar welcher Zug anruft. Was muss ich jetzt machen, um den Zug genau dort hinzubekommen, wo er hin soll? Wie kriegen wir den jetzt weiter? Wir wollen jetzt hier, das ist der Bahnhof oder was? Ja genau, der Zug ist da gerade schon am losfahren, wo du ihn gerade eingestellt hast. Warum kann ich nicht das anklicken, weil das in die andere Richtung ist? Aber wir können auch kurz was fahren lassen. Ich könnte jetzt hier sitzen und mir überlegen, ach Mensch, ich mag den Linus gar nicht so gern. Wenn ich jetzt keine Lust hätte, dass der pünktlich ist und die Leute alle auf ihn sauer sind, dann könnte ich jetzt erstmal nichts machen. Genau und dann kommt dein Chef zu dir und schmeißt dich raus. Also könnte ich auch zwei ineinander fahren lassen? Nein. Also wollen wir natürlich auf gar keinen Fall machen. Selbst wenn du wollen würdest. Das System ist so ausgereift, es gibt Sicherheitsmaßnahmen. Ein Zug muss immer durch ein hals eigenes Signal gedeckt sein, sage ich mal. Das heißt, das System lässt es gar nicht zu, wenn du es einstellst. Nur für euch nochmal da draußen. Das Ganze hier ist natürlich eine Simulation. Das heißt, wir werden hier gerade nicht mit einem echten Zug. Also Linus sitzt nicht gerade in Berlin und wundert sich, dass er ein rotes Signal hat. Die Jungs hier zeigen mir das natürlich, weil ich darf das eigentlich gar nicht bedienen. Jetzt sind wir im Bahnhof gleich. Wo wollen wir dann weiter? Oder fahren wir dann hier lang? Ja, einfach wieder raus. Also diese Signale, die wir jetzt hier bearbeiten, sind immer nur an den Bahnhöfen oder auch auf den freien Strecken? Also es gibt Streckensignale, also Blocksignale und Bahnhofsignale, Einfahrsignale, Ausweihsignale. Aber ich glaube, das geht ein bisschen zu tief in die Materie. Aber das wird alles in dieser Zentrale hier geregelt. Das ist richtig. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn jetzt hier ein Notruf reinkommt, sagen wir jetzt mal. Seht ihr, ihr seht ja jetzt hier nur bestimmte Orte, ne? Wir haben jetzt hier Hoppengarten und so ein Kram. Aber was ist, wenn jetzt irgendwo zwischen, ich sag mal jetzt Hannover und Berlin was los ist? Wie kommt das jetzt hier zu mir? Möchtest du es gerade mal simulieren, ein Notruf? Kommt ein Notruf rein. Das ist ein Notruf? Das ist ein Notruf. Lass mich nochmal kurz zappeln. Achso, hallo! Achso, und dann sitzt du da und... Nein, normalerweise sagst du dann was. Nämlich sowas wie Nothaltauftrag, Betriebsgefahr. Alle Fahrten zwischen, wo auch immer das ist, Bahnhof und Bahnhof sofort anhalten. Das hören alle auf der Strecke und die wissen dann, dass sie sofort anzuhalten haben. Soll ich mal eine Pizza bestellen kurz? Fungi mit Käse? Ähm... Ja, also das ist ja schon mal ganz schön. Was ist so euer Highlight bisher in eurer Ausbildung, was ihr so gesehen und gelernt habt? Ja, also es gibt viele Störungen so, wo man auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss, um die zu lösen. Wo man ein bisschen improvisieren muss, Züge über Umfahrstraßen, woanders langleiten muss. Wo man wirklich in die Materie gehen muss, in die Vorschrift. Also schauen, was man machen darf und was man nicht machen darf. Hatte ich auch schon mal so Unwetter oder so, wo ihr dann irgendwie Bäume von den Gleisen transportieren lassen musstet und so? Wie läuft das dann ab? Kickt ihr dann einen Anruf? Du, hier ist ein Baum auf den Gleisen? Das ist mir meistens, also ein Lokführer auf der Strecke, wenn es ist dann, wenn es geht, dann rufen wir oder der Lokführer, ja, je nachdem, wer es bemerkt. Rufen dann einen Notfallmanager an und der gibt dann das Weitere an die Firma und die müssen dann den Baum abtransportieren. Also es gibt auch dafür Züge wahrscheinlich. Oder halt mit einem Auto, wenn es in der Nähe ist und dann mit einem Kahn greifen die Bäume weg. Was sind so eure Bereiche? Seid ihr nur hier oder habt ihr auch in anderen Bereichen, wo ihr schon mal reingeguckt habt? Oder ist auch in eurem Beruf wichtig, dass ihr überhaupt auch alles versteht? Müsst ihr auch beim Zug mitfahren? Wie läuft das überhaupt? Also wir wechseln immer, jede drei Monate ungefähr, das Stellwerk, mal sind wir da, meistens wieder auf einer anderen Technik. Zum Beispiel auch mit Hebeln arbeiten wir oder per Tasten und jetzt das Neueste mit der Maus. Mit dieser Maus, ne? Ja, das ist geil. Genau, und jetzt siehst du da oben, der 17.6 blinkt rot. Oh, Alarm, Alarm! Das Prozedere dabei ist, normalerweise schreibst du einen Befehl mit Befehlsvordruck und so. Aber das ist doch gerade, wir müssen doch handeln jetzt. Also wenn es erstmal darum geht, den Zugverkehr zu leiten, dann schreibst du so einen Befehl und diktierst das per Telefon an den Triebfahrzeugführer. Mehr machen, den kannst du nicht. Einfach dann drüber fahren lassen und hier steht drin, dass er voll anhält, ihn selber sichert und dann weiterfahren darf. Was für eine Störung ist denn das jetzt? Also wie kann ich das jetzt selber, was sehe ich denn überhaupt? Du siehst, dass die Anlage technisch nicht gesichert ist, da ist halt an der Anlage was kaputt ist im Endeffekt, dass die nicht mehr bedienbar ist. Ja, muss der TÜV noch mal gucken. LST heißt das für uns, aber ja. LST? Ja, Leit- und Sicherungstechnik heißen die. Mega cool. Danke euch auf jeden Fall an der Stelle. Kein Problem, sehr, sehr nice. Ich würde mir jetzt tatsächlich noch eine Pizza bestellen und dann war es das auch schon. Schaut gerne in die Videobeschreibung, checkt die Links ab zum Stipendium und zu den Ausbildungsplätzen der Deutschen Bahn. Ich habe heute auf jeden Fall einen nice Eindruck bekommen, ihr hoffentlich auch. Dennis und Yannick sind auf jeden Fall auch coole Dudes, genauso wie Linus. Und ich würde sagen, dass du ein Like da. Ja, Fahrdienstleiter Kuschinski hier. Ich hätte gerne eine Pizza Funky mit viel Käse, keine Ananas, keine Oliven und lass mal diese ganzen Pfeffersalzkram weg. Alles klar. Komm, 10 Minuten. Ja, danke. Ja, tschüss. Schön, du. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020